Und wir sind beim Maneway angekommen, hier für Quan the Jewel in Saudi-Arabien, es ist soweit. Und Logan Paul, der Number One Contender für die undisputed WWE Universal Championship, sein drittes Match bei der WWE, sein erstes war er, das Tag Team Match mit dem Miz gegen die Mysterios bei WSW, das zweite war gegen Miz beim Sowerstab, Logan Paul hat jedes Match gewonnen und wird seine Willing Street enden. Gegen den Tribal Chief. Ich guck dir erstmal an Logan Paul hier, kommt hier mit seinen Boxing-Klamotten raus. Der Mann ist bereit für den Fight. Aber, wie gesagt, er muss gegen den Tribal Chief, der Mann, der so viele Leute weggesteckt hat. Legenden. Top Stars. Einfach fast alle. Es gibt keinen mehr im Wolster, der Wade noch nicht besiegt hat. Und Logan Paul kommt, glaube ich, auf die Tribal Chief-Liste. Dazu. Dann hier kommt, der Tribal Chief. Der Wab. Der Wab. Ich hoffe, ihr habt noch nicht vergessen, den Tribal Chief anzuerkennen. Und dieser Mann ist über zwei Jahre Universal Champion. Und das hat ihm nicht mal gereicht. Nein. Bei WSW hat er sich noch den WWE-Titel dazugeholt. Und den Titel hat er jetzt auch schon über so viele Monate. Hat bei Clash of the Castle, Two McIntyre besiegt durch die Hilfe von Zolo Sikoa. Da dachte ich wirklich, die Regentschaft ist vorbei. Ich dachte, McIntyre wird Champion. Denn alles war perfekt. Die Crowd war da. Die Crowd war hinter Drew McIntyre. Es war in Wales, in Europa. Der Moment war perfekt. Doch Wales machte McIntyre einen Strich durch die Rechnung. Und hat Drew McIntyre zum zweiten Mal bei dem Pay-Ber-Film besiegt. Nicht nur bei Survivor Series, sondern jetzt auch bei Clash. Alter Castle. Und die Frage ist, wer kann um WSW jetzt den Titel abnehmen? Ich... also... Niemand. Das ist kein... niemand. Dieser Mann hat John Cena besiegt. The Rock besiegt. Er hat The Rocks eingeschaut. John Cena besiegt. Brock Lesnar besiegt. Goldberg besiegt. Ray Mysterio besiegt. Edge besiegt. Daniel Bryan besiegt. Die nächste geht weiter. Der Mann hat den Alltager besiegt. Und Lesnar hat er nicht mehr einmal besiegt, sondern mehrmals. Cena hat er auch schon mehrmals besiegt. Also... Wir müssen Wade anerkennen. Es ist an der Zeit, Wade zu acknowledgen. Und einfach anzuerkennen, dass er gerade... das Beste... der Besten... von der WWE ist. Dieser Mann... ist auf einem anderen Level gerade. Regentschaft hier... zu beenden, also... das glaube ich eher weniger. ... ... ... ... ... ... ... und der Champion aus Pensacola, Florida, mit 265 lb. Er ist der WWE Universal Champion, Roman Reigns! Ja, der Walk habe ich ja schon erwähnt. Der Walk ist komplett auf die Liste dazu, von Roman Reigns. Denn bei Weston Bader ist ja dieses Match geplant, falls es dann auch so stattfinden wird. Dann werden wir Reigns gegen The Walk sehen. Und da könnte The Walk auf die Liste dazu kommen, ey. Also für unwahrscheinlich halt ist es nicht. Jetzt Reigns wurde seit... Seit... Ich weiß gar nicht mehr. Das letzte Mal wo Reigns wirklich gepinnt wurde, war von Baron Corbin, ey. Ich glaube das war 2019. 2019 oder 2018. Seitdem hat Reigns... nicht mehr verloren. Das letzte Mal wo Reigns... verloren hat... war... gegen King Woods... durch Disqualifikation er worden. Und dieser Mann wurde nicht gepinnt... und nicht zur Aufgabe gezogen. Das seit... Merle Corbin es getan hat. Merle Corbin der letzte Mal der Reigns gepinnt hat. Mit dem End of Days. Und da hat er nicht mal... den Tribble Chief Charakter gehabt. Da war ja noch der andere Reigns. Da war ja noch der Woman Empire. Naja... Von daher... wir reden hier von... wirklich... zwei verschiedenen... Zeitzonen. Dieser Reigns hier ist auf einem anderen Level, ey. Das habe ich bei Clenched Castle schon gesagt, das werde ich hier nochmal wiederholen, ey. Das ist krass, ey. Das ist krass. Wie gesagt... einer der keine Wrestling schaut... und ich weiß wie das da abläuft... und das nicht richtig versteht... der wird denken... Wayne ist unmenschlich. Den kann keiner besiegen. So wie in Filmen, ey. So wie in Filmen, Filmen... in Horrorfilmen gibt es ja auch manchmal... Charaktere, die einfach... Monster sind und... und menschlich sind und nicht sterbbar sind. Und Wayne ist die Variante bei WWE. ein bisschen von... hier... gegen Logan Paul. Er wird Logan Paul es hier schaffen... im Spiel hier... Wade zu entrohen. Ich bin sehr gespannt hier... ob Logan Paul es hier schaffen kann... Oh, was für ein Schlag? Er hat ja gesagt... ein Lucky Punch... wird er reißen... um Wade hier zu besiegen. Der eine Lucky Schlag... um Wade... zu entrohen. Und er hat ja auch selber gesagt... er... dass die Leute nicht an ihn glauben, ey. Die glauben nicht daran... dass er hier... Wade besiegt... und da hat er gefragt... was wäre, wenn... es doch passieren würde... wenn er doch Wade besiegt... der kleine YouTube Star... also kleiner YouTube Star... der große YouTube Star aus dem Internet... er hat ja auch selber gesagt... er hat ja auch selber gesagt... er wurde schon oft unterschätzt... und das macht ihn nur schnell geil... in seinem Kampf gegen... 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 der... Flo White... Merriweather... glaube ich war das... wurde er auch unterschätzt... und er hat ihn nicht kommen bekommen... und ja... zu Logan Paul... wie gesagt... man muss ihn auch nicht mögen... aber was er hier... in diesem Ring geleistet... was er bisher geleistet hat... in seinen zwei... bisherigen Matches... war schon beidrückt... also... er gibt's auf jeden Fall Mühe, ey... er geht da ins Performance Center... und reißt sich den Arsch auf... und trainiert... macht das mit Leidenschaft... und nicht einfach... oh ich muss... oder ich hab einfach... mach's nur für Geld... nein... er macht das wirklich... hier... und reißt sich den Arsch auf... die Matches die er bis jetzt bestritten hat... waren auch nicht schlecht... waren solide gut... deswegen... das muss man schon... also einem Logan Paul... respektieren... und nicht nur an einem Logan Paul... sondern jeder... der das auch mal macht... und versucht... und sich dafür auch Mühe gibt... und dieses Business respektiert... und das hat noch ein paar getan... und das hat noch ein paar getan... aber ohne ihm... seinen dritten Match... schon den World Titel zu geben... glaube ich... eher weniger... und ihm auch schon die Titel Chance... hier zu geben... finde ich auch noch zu früh... aber ich glaube eher nicht... dass Morgan Escht... nicht hinten gewinnt... ich glaube eher sowieso... noch immer das... derjenige... der... der Titel abnehmen wird... Cody Rose heißt... wenn Cody Rose zurückkehren wird... glaube ich... wird Erwains entrohnen... und das wahrscheinlich... nach... Weston Media... oder beim World Rumble... eins von beiden... und auch Paul... aber jetzt hier mit den... Fuiabigos... ja... ja... die er ja... bei Weston Media gezeigt hat... in seinem Debüt Match... und die Fuiabigos... mit dem Keep-Up sogar... Oh... einfach ein nice Paul Heyman... ja... ich bin auch hier... ein entscheidender Faktor... in diesem Match mit... sorgt hier für Ablenkung... und Paul... macht natürlich einen... Anfangsfehler... in seiner Karriere... und zwar lässt sich ablenken... und konzentriert sich nicht auf sein Ziel... das ist immer so ein Fehler... die die Meister machen... nicht... aber hier ein Neckbricker zeigen... Logan Paul geht da oben... Logan Paul... und dann hat ein... Foxplash... haben wir Knie... aufgezogen... ja... die Anfangsfehler hier... werden hier Logan Paul... das Match kosten... mit dem Skakosch Finale... aber hier... auch ein Kratzer... ja... und jetzt sieht nichts mehr... und Skakosch Finale... eins... zwei... nein... alter... ich nehme dir den Mufferbiss... und haus ihn auch mal raus... hat er somit... bei Somersam gewonnen... mit dem Skakosch Finale... übrigens... hier hat es nicht gereicht... um Waits... wegzustecken... ey... oh... Logan Paul hier... Headlock hier... geht da weiter rauf... oh... der tritt von Waits... Waits... und jetzt Logan Paul... Logan Paul... wehrt sich hier wieder... er hat ein guter Gegenwehr... von Logan Paul hier... bei der Zeit in dem Match hier... Ah... Powerbomb... und wird bestraft hier... von dem Zweifel Chief... von Logan Paul hier... in der Körner... Ja... der Rekke geht... zu... der Punch... nein... abgefährt... von Logan Paul hier... der mit dem Matchburger kommt... Oh... wo kommt jetzt halt... der Lucky Punch... oder ist der... Aber Waits... nicht direkt bei mir... bei Bewusstsein hier... Closed Line... Nein... geduckt... Ja... kommt ein bisschen... der... Boxing Style... von Logan Paul... die Boxing Erfahrung... von ihm raus... duckt sich hier... wie im Boxen halt... Er hat halt auch... verschiedene Erfahrungen... der Logan Paul... kann das jetzt nur einen Vorteil nutzen hier... gegen... den Tribble Chief... ... nochmal ein Point... hier von Paul... aber... er muss jetzt... in den... in den Ring bringen... Der hat hier auch... Titel Vorteile... der Champion hat den Vorteil... Logan Paul kann den... Titel nur im Ring gewinnen... Oh! Lässt sich aber jetzt hier zu viel Zeit. Wo macht ihn Zaggit? Waynes kommt gar nicht mehr rein. Long Paul schielt hier noch. Waynes kommt rein. Waynes lässt sich nicht auszählen. Er hätte das theoretisch machen können, aber er will Long Paul besiegen. Waynes sagt, er wird Long Paul vernichten. Er wird ihm eine Lektion erteilen. Das wird Waynes schon nicht auszählen lassen. War schon XVP. Da war Long Paul. Auch wieder ein typischer Mist. Er hat eine Lektion. Long Paul wird nicht gut. Ich kann nicht Waynes wegstecken. Das könnte der Moment für Long Paul sein. Voxplash! Auf diesem Fall trifft er! Er trifft! 1-2! Nein! Trifft mit dem Voxplash. Aber... Waynes kommt raus. Das wäre es ja fast gewesen. Long Paul hätte fast hier... Die Welt geschockt. Und macht weiter. Geh auf die Hand. Jetzt auf Spide hier. Und dann die Schläge hier von Long Paul. Long Paul... Long Paul... Slap Suplex. Long Paul kann es hier machen, ey. Er kann es hier wirklich machen. Aber man muss ja was dagegen Suplex. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kusum fixe Powerwall. Von Tribal Chief. Auf der Seite ist da. Super mit Punch. Und Raph Spear hier. Und so einfach... Verwendet der Tribal Chief ein Match. Und ein Long... Und auch nicht... Long Paul... Mit einem King out hier. Vielleicht macht es weiter... Der Bricker. Weil jetzt kann es nicht glauben, dass Long Paul hier... Aus dem Spielhaus kommen ist. Dieser... Dieser Wuf hat schon so viele Leute weggesteckt. Hat jetzt auch schon viele Titels gebracht. Jetzt macht es weiter... Gegen Long Paul. Jetzt macht es weiter... Gegen Long Paul. Jetzt macht es weiter... Gegen Long Paul. Oh... Hey, jetzt dein Long Paul wer hat sich hier wieder. Der schon blaue Saugelung Paul aber was. Nach dem Super punch. Jetzt macht es mich. Alter Schlag! Alon Paul. Der färgt ja wie Wildschl. Es liegt mir... Ich bin nicht vor Logo Paul. Ich bin schon drauf... Aus dem Arm. Ahee. Ja, ey. Ah, der Punch, ey. Aber BACK! Suplex von Nummer 1! Ja, er nimmt sich jetzt die Halt in die Schlaue, ey. Kann natürlich Logan Paul weniger seine Boxerfahrung hier herbeirufen, wenn er nicht so viel Punch mehr zeiget. Oh, ein paar Hände zu Blacks, ey. Wenn du jetzt einmal bis dominant ist, dann ist er vorbei. Und das kriegt Logan Paul gerade zu spüren, ey. Weil jetzt willst du auch jetzt banden, ey. Aber es reicht doch nicht. Und ich sag nur Logan Paul, bleib einfach liegen, ey. Das ist besser für dich, ey. Ah! Oh, zwei Tablet Fight da drauf und jetzt blutet er auch Logan Paul, ey. Aber das... Das macht ihn nur noch stärker, ey. Storm! Auch ein Storm! Oh, geht der zieht aufs Bein! Oh, geht der zieht aufs Bein! Oh! Weiter, wieder mit Kolta! Und zu Blacks! Oh, der erste Schlacht hier! Oh, der erste Schlacht hier! Oh, wait, that's here! Submission Maneuver hier! Muss Logan Paul aufgeben! Hey, Logan Paul gibt nicht auf! Waits mit Konter! Schlag auf wieder gekontert! Von Waits und paar Panels! Na ja, wir! Oh, Waits hat einfach ein bisschen erwischt, ey! Waits benommen ein bisschen! Ich glaub der Schlag hat getroffen, ey! Hat Logan Paul mit dem Schlag getroffen, glaub ich! Oh, jetzt ist er auch wieder... Ah, olta! Guck dir mal die Kraft an, ey! Oh! Aber Logan Paul hier! Mit den Schlägen! Kick! DDT! Und jetzt Waits! Wird immer mehr aggressiver, solange es dieses Match hier geht, wird es immer mehr gefährlicher und aggressiver hier! Oh! Logan Paul kann sich wieder werden! Oh, mein Gott! Ein Fuyamigos hier wieder! Wo nimmt Logan Paul die Kraft in der, ey! Die Sache hier war auch noch zu zeigen, nicht! Fuyamigos! Ins Cover! Um die Welt zu schocken! Mann! King Out! 2,9! Und der Punch! Alter, Logan Paul kann es hier machen, ey! Er kann es hier machen! Logan Paul! Schockt die Welt hier! Mit dem Fox Splash gegen Waits! Eins! Zwei! Tch! Nein! Ah! Der Punch geht daneben! Waits! Waits! Aus! Close Line! Und Waits jetzt! Und die hat mir die Faust aufgeladen! Sie wird aufgeladen! Supermer Punch! Und vorbei! Eins! Zwei! Was?! Waits macht weiter! Kann es nicht glauben, ey! Und Logan Paul! Geht ihr aufs Bein! Vom Tribal Sheep! Der macht weiter! Was ist hier los? Schläge Jobs! DDT! Was ist hier los? Logan Paul wird die Welt schocken hier! Alter, die Punches! Und schmeißen wir jetzt raus! Was ist das? Oh! Wie ein Stopp hier! Vielleicht hat Logan Paul auf den Schultern hier! Alter! 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 Paul ins Gesicht! Und da gegen die Ringtreffer! Waits! Nein! Und da geht natürlich wieder raus! Und dann bricht er Count! Und viel weiter machen die gegen Logan Paul! Will hier weiter bestrafen, ey! Alter! Was? Eine Rechte hier! Ins Gesicht! Wait! Nein! Jackhammer hier! Alter, und schmeißt einfach durch die Gegend! Als wäre Logan Paul gar nichts! Oh Mann, das bricht einfach! Hier auch wieder! Aber Logan Paul ist schon wieder auf den Bein! Oh, läuft da in die Schlägerei von Logan Paul hier! Geht wieder rein! Oh wait! Nehmt sich aber Logan Paul hier wieder raus! Oh, Alter! Und Suplex! Logan Paul wehrt sich wieder! Oh, gegen die Ringtreppe! Logan Paul muss in den Ring! Wie gesagt, er kann nur den Titel im Ring gewinnen! Wie gesagt! Wie gesagt! Wie gesagt! Wie gesagt! Der Steckettelt in den Tribal Chief! Und das ist keine gute Idee! Wenn er von Logan Paul heißt! Den Reigns bestraft ihn jetzt! Und da ist der Superman Punch. Und Spare. Und Game Over. Aber was ein Feind von Logan Paul hier. Eins. Zwei. Was? Alter, Logan Paul kommt hier nochmal raus. Skar Quasche Finale. Aber wait. Bestraft Logan Paul jetzt weiter. Guck dir das mal heim. Jetzt wird Godmode aktiviert. Logan Paul hält seine Hand, aber das bringt ihm nichts mehr. Gottmode wurde aktiviert bei Wade. Und dagegen kommt keiner mehr. Und das war's jetzt. Eins. Zwei. Drei. Wade verteidigt den Universal Titel hier. Wade muss nur Godmode aktivieren. Er war fast ein Feind von Logan Paul. Roman Empire grows as Reigns continues to conquer his opposition. Alter. Was ein Feind von Logan Paul. Wie gesagt, mein Tipp ist auch Roman Reigns. Ihr könnt gerne eure Tipps in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt gerne Like da lassen. Abo da lassen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Pay-Per-View. Und viel Spaß bei Crown Jewel. Genießt es. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Livestream wieder. Das nächste Mal wird es Livestream geben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wenn es wieder heißt 2K oder FIFA mit XAMI 31. Ich freue mich auf euch. Auf drei Leute. Tschüssi. Kowski.